Hey, ich bin der Simon, bin 22 Jahre alt, fahre seit 11 Jahren mit ins Zeltlager. Ich bin die Anna, ich bin jetzt das vierte Jahr Betreuer, bin 21 Jahre alt. Mein Name ist Jens, ich bin 23 Jahre alt, ich fahre jetzt dieses Jahr das 16. Mal mit ins Zeltlager. Hey, ich bin die Lea, ich bin 22. Servus, ich bin der Tobi, ich fahre jetzt seit neun Jahren mit. Ich bin die Lara, ich bin 23 Jahre alt. Hi, ich bin die Caro, ich bin 21 Jahre alt. Hi, ich bin die Jasmin, ich bin 22 Jahre alt, fahre jetzt das dritte Mal mit ins Zeltlager. Gude, ich bin der Michel, ich bin 22. Ich bin der Patrick, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin außerdem fürs Theater zuständig, das sieht man wieder super. Ich bin so für das Kassentechnische zuständig im Zeltlager und bin dieses Jahr mit der Lara für die Fotos zuständig. Und ich bin die Krankenschwester im Zeltlager. Ich sorge dafür, dass die Kinder gute Stimmung haben. Ich kümmere mich im Zeltlager um die gute Musik abends im Feuerzelt. Ich spiele als Kleidenschaft Ferien Gitarre. Also mir ist wichtig am Zeltlager, dass die Kinder genau das erleben können, was sie auch erlebt haben. Bei mir ist das Zeltlager schon seit der Jugend Bestandteil in meinem Sommer und deswegen fahre ich super gern mit. Und ich finde es einfach geil, abends in der Feuerjurte zu chillen, mit allen Leuten und den Zusammenhalt der Gruppe zu genießen. Und ich liebe es, im Feuerzelt zu sitzen und zu singen. Ich freue mich dieses Jahr auf euch extrem. Ich bin so ein bisschen neuer Tag, ein super Ding. Ist das jeder mal gemacht. Ja. Ich bin so ein bisschen neuer Tag, das ich immer gemacht habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017